hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von eurer gameplayerin heute befinden wir uns wieder in odysseus beziehungsweise in assistance creek odysseus so wir haben ja noch eine quest offen beziehungsweise ich glaube es sind sogar zwei ich wollte jetzt mal ein high für die überfahrt ja versuchen also man soll mindestens level sechs haben dementsprechend hoffe ich dass es funktioniert gerade beim vorbeilaufen gesehen genau da war noch was zum einsammeln ich werde mich mal todesmutig da ins wasser stürzen weil das problem ist natürlich dass hier auch haie sind ich sie jetzt im moment aber nicht sehen kann ich hätte mir mein adler erst mal ein bisschen hier rüber schicken ja da zeigt mir jetzt aber nicht wirklich viel an also rechts ist ein high wie man gut sehen kann das wird natürlich kompliziert werden weil irgendwo hier in der mitte wohl das ist wonach ich tauchen soll ich habe gesehen dass da glaube ich zwei haie waren also es wird wirklich kompliziert werden und ich weiß nicht ob ich überhaupt gegen die haie antreten kann im wasser ja das war das war jetzt kein guter sprung ins wasser so wenn jetzt mal gucken sieht man auch gar nichts unter wasser das ist gar nicht gut so das problem ist natürlich können auch nicht die ganze zeit unter wasser bleiben oh da hinten ist der high oh oh fuck 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 Oh ja, ich werde jetzt sterben. Ich weiß auch nicht, was ich... Okay, aber ich habe es auf jeden Fall geplündert, wenn ich das richtig gesehen habe. Hoffe ich. Ja, genau. Kehre mit der Heizkette zum Gemüsehändler zurück. Okay. Ich habe es, so wie es aussieht, geschafft, ohne dabei zu sterben. Das wäre natürlich klasse. Ganz schnell aus dem Wasser raus. Also, der hat mich angegriffen. Das Jahr. Ja, wo geht es denn jetzt nicht wieder hoch? Aber wir haben es geschafft, so wie ich das gesehen habe. Weil da steht ja auch, dass wir jetzt wieder zurück sollen. Ja, da zeigt mir jetzt nichts mehr an. Sehr, sehr geil. So, der große Bruch, da muss ich später noch hin. So, da. Das zeigt ihm aber automatisch an, so wie es aussieht. Okay, dann werde ich jetzt erst mal eben mein Pferd holen und hoffentlich irgendwie da hochkommen. Ich bleibe stehen. Weil ich muss nämlich dann auf die andere Seite oder kann ich den, ich kann den Berg nicht umlaufen, also umreiten. Das ist aber nicht so ein gutes Gebirgspferd. Ich hätte mir wirklich das Gebirgspferd holen sollen. So, hier ist ein Weg runter. Das ist auch, glaube ich, die Richtung, in die wir müssen. Entschuldigung. Moment, das sind doch diese Idioten, wo ich am Anfang schon mal entlang geritten bin. Na ja, wir machen das anders. Die haben mich nämlich anfangs mal gekillt und das fand ich gar nicht nett. Gut, jetzt weiß ich nicht genau, welches Level ich da jetzt gehabt habe. Aber ich glaube, wenn überhaupt, hätte ich Level 4. Dann gehen wir halt mal außen rum. Hier sollte uns ja normalerweise nichts passieren. dann werden sie nicht, weil sie sind alle tot. Och, halt schneller! Komm! 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 So, jetzt sind wir auch bald schon da. Entschuldigt bitte, aber ich muss hier durch. Falsche Töne! Ähm... Ähm... Hä? Moment. Ach, ich bin zur Tafel geritten? Ja, toll! Okay. Vorsichtig! Vorsichtig! Ich muss hier durch. Ich muss jetzt irgendwie wieder da hinten hochkommen. Die Tafel hat doch eh nichts Neues für mich. Aus dem Weg! Auch die Hunde bitte! Danke! Tut mir leid. Oder irgendwie auch nicht. Reit bloß schneller. So, okay. Dann kommen wir jetzt in die richtige Richtung. Entschuldigung, ich muss hier raus. Oh, Entschuldigung! Das ist die Halskette! Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg! Nie wieder Gemüse! Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier! Ich weiß, wie das ist. Viel Glück! Viel Glück! Ja, ähm... Achso, mein Pferd ist schon wieder weg. Ähm... Wir müssen jetzt zur letzten Quest, nämlich die mit der Überfahrt. Oh, nee, ich wollte nicht scannen. Ich wollte eigentlich mein Pferd holen. So, das heißt, in die Blickrichtung... Nee, es ist nämlich nicht in die Blickrichtung, es ist nach links. Ich bin aber schneller, wenn ich dem Weg hier folge. Aber ob das... Ja, lauft mir auch noch voll ins Pferd rein. Genau, das war sehr clever von euch. Dann sprechen wir jetzt gleich mal mit Barnabas. Das war ja dieser Schnösel, den wir das Leben gerettet hatten, als der Zyklop da alle umbringen wollte. Ach, jetzt wird die wieder langsamer. Aus dem Weg. Da stand einer. Ups, die habe ich gar nicht gesehen. Aus dem Weg. Weg da. Tschüss. Lauf doch nicht alle in der Straße... In der Straße. Auf der Straße. Entlang. Äh, mit dir wollte ich reden. Du solltest keine Rolle machen. Wenn weit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Cassandra! Ich habe gepackt und alles! Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Hefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Meinen Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Föbel. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich. Keine Sorge. Na gut. Du kannst jetzt abreisen. Kassandra! Du verlässt Kephalin ja ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier. Also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon. Umarme deinen Partner. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Kassandra. Na, hätte mir jetzt was gestohlen. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Nein, natürlich. Obwohl man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer. Ich habe einen Auftrag für dich, liebe Füße. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstöpfen, nicht wahr, meine Beste? Ob das so gut ist? Bist du bereit? Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Kassandra fahren? Megaris. Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta? Boah, wenn ich die gerade aussehe. Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte. Er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Ruhe! Nein! Nicht! Nein! Bitte nicht! Nein! 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 Sie hat ihn getustet! Sie unter! Zahl für ihre Ehrlosigkeit. Für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus. Hör nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Nicht auf! Sieh mich an! Nicht auf sie! Nicht auf sie! Nikolaus! Sieh mich an! Sieh mich an! Nikolaus! Nicht! Nicht! Ich bin nicht auf sie! Hör nicht auf sie! Der Blut ist verschmutzt! Der Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Pater? Pater? Oh mein Gott. Cassandra? Cassandra! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Vielen Dank.